1,62,4. Dann schreibe ich auf 1,61,4. 1,62? 1,61,4. Ja, sag ich doch. 1,63,4. Falsch rum angezeichnet. Als wir vorgestern dann abends gefahren sind, haben wir festgestellt, eigentlich ist der Raum schon ganz geil, aber die Luft, die drin steht und wir haben keine Fenster zum Aufmachen. Die sind nämlich fest. Deswegen haben wir gedacht, wir gucken mal kurz im Internet, was so Umluftdinger kosten, die man in die Wand schraubt und die Ventilatoren sind ganz schön teuer. Deswegen haben wir uns was Eigenes ausgedacht und zwar hat Torben hier in der Nacht-und-Nebel-Aktion einfach mal dicke Löcher in die Wand gemacht, was ziemlich cool ist, weil das sind Trockenbauwände. Ein Loch hier und das andere Loch hier oben und der Geldspartrick ist jetzt, dass wir einfach 20 Zentimeter große Gehäuselüfter aus dem Computer nehmen, weil die kosten echt wenig, ich glaube so 13 Euro oder so. Und während Torben das hier schon geschnitten hat, habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe dann einfach schon mal in CAD so einen Adapter gebaut von 200 Millimeter auf 155 Millimeter runter, damit ich genau dieses Loch reinpasse. Ich bin echt gespannt, ob das so einigermaßen hier reinpasst, weil das Rohr ist nicht mehr ganz rund. Der hat das echt hart durch die Wand geprügelt, das ist ein bisschen verzogen. Ach so, das Kabel. Stimmt, ich brauche immer noch Strom. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht. So, aber jetzt. Kabel kommt hier jetzt raus, sehr gut. Boah, das wird richtig eng. Aha. Ist natürlich jetzt eine gute Frage, ob der die Luft rausdrückt oder reinzieht, weil der Plan ist natürlich schon, dass der hier oben die Wärmeluft rausdrückt und der unten soll die kalte Luft von außen reinziehen. Na gut, das Problem verdrage ich auch später. Jetzt kommt erstmal die Rückblende dran. Die hier. Die Blende muss natürlich da oben noch dran, damit es einigermaßen erträglich aussieht. Das Loch ist auf gar keinen Fall runter. Komm schon, das passt. Nein, das passt so gar nicht. Alter Falco. Ich habe Angst, dass das bricht. Oh Mann, jetzt schleife ich das kaputt. Aber ist das so schön geworden. Richtig schön glatt. Und ich glaube, das ist auch mit das Größte, was ich bisher gedruckt habe. Naja, hilft ja alles nix. Oh, vielleicht reicht das schon. Daumen drücken. Oh ja, 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 ja. Okay, passt. Geil. Erste Lüftung fertig. Die zweite kann ich noch nicht machen, weil der Lüfter noch nicht da ist. Hier, wo der Boden abgeklebt ist, kommt ja nachher der Schreibtisch hin. Hier kommt halt alles zusammen. Also die Kameras, die kommen ja irgendwo hier auf diese Wand und die will ich auch darüber steuern können. Und das Kabel muss also irgendwo über diese ganze Wand gelegt werden und muss dann hier runterlaufen und hier irgendwie in den Streamingrechner rein. Und von hier aus müssen wir noch die ganzen Kabel wieder rüber zur Wand, weil da sollen ja nachher nach und nach immer mehr Sachen hinkommen, die der Chat steuern können soll, beziehungsweise die man irgendwie von außen ansteuern kann. Vor allem muss ich mich ein bisschen beeilen, weil Bracker ist im Nebenraum und näht schon den Molton um, den wir nachher da oben irgendwie an die Latte dran machen, damit das hier so ein bisschen abgehangen ist. Und dahinter muss hier erstmal der Kabelkanal dran. Naja, ein paar Löcher in die Wand bohren und dann einfach die Schrauben rein mit dem Kabelkanal da drauf. Das ist ja fix. Ich hätte sie auch einfach kleben können, aber nein, der Fügel musste mal wieder ordentlich arbeiten. Guck mal, was ich gefunden habe. So einen dicken Eumel. Es fehlt jetzt ja noch der Kabelkanal nach oben, aber da wollte ich jetzt nicht auch so einen 40er Kabelkanal nehmen, weil die sind echt teuer. Die war noch in der Resterrampe bei uns da hinten im Lager und deswegen nehme ich jetzt einfach das Teil. Wunderbar. Ich glaube, die kriege ich niemals voll. Easy. An die Wand sollen nachher ja so ein paar Softboxen und noch ein paar Lampen und vielleicht noch ein paar Kameras. Deswegen muss hier auch noch ein Kabelkanal lang oder halt jetzt eine Rangierleiste, weil ich sie schon da habe. Ja, so 1,38. Dann kommt der hier oben noch drauf und schließt schön ab. Ja, schön ist das jetzt nicht unbedingt, aber es erfüllt zumindest seinen Zweck. Ja, das war auf jeden Fall mein Tagwerk für heute. Morgen geht's weiter. Ciao. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Okay, das ganze Tacker jetzt einfach mal hier oben dran. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ah, ich hänge. Okay. Ah, klappt ja besser als ich dachte. Ah, hier ist natürlich jetzt doof, ne? Ja, guck, damit kann ich schon mal leben. Ich habe Molton an der Wand und sie sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, die Wand wird natürlich jetzt ein bisschen dumm. Muss ich erst mal rausfinden, wie rum die gehört, ne? Die war nämlich fast rechteckig. Ja, nicht rechteckig, die war fast quadratisch. So, wenn das hier liegt, dann muss ich doch mit dem Ding so bis hier kommen. Aua. Ah. Scheiß Heizung. Die Frage, wie oben das umgenäht ist. Das liegt natürlich jetzt im Beten mehr. Und das wird. Ja, guck mal. Das ist geil. Weil das hier so ein bisschen zu lang ist. Einmal hier so umschlagen. So. Ja, ist halt eine schwarze Wand, ne? Hier muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht tackere ich das nachher auch so zu. Ah, noch keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt zustande kommen konnte. Egal. Ja, damit habe ich eine Wand fertig. Habemus Wand. Wand? Was heißt Wand auf Latein? Ähhhhh. Murus. Habemus Murus. Ich bin ein multilinguales Sprachgenie. Ey, ich bin echt jetzt richtig motiviert. Das ist schon mal richtig geil. Es nimmt langsam so ein bisschen das Aussehen vom Studio an. So habe ich mir das ungefähr sogar vorgestellt. Also in der Vorstellung sieht es natürlich immer noch geiler aus. Aber das ist schon, das kommt schon ziemlich nah dran. Heute wird ein guter Tag. Warum? Weil die letzten Tage habe ich nur damit verbracht, Sachen an Wände zu schrauben. Kabel. 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 Ja, die Wand war halt ganz geil, das mal zu machen. Endlich mal eine Wand gebaut zu haben. Aber jetzt geht es weiter, weil an die Wand sollen ja nachher Sachen, die leuchten oder was auch immer. Und die der Chat nachher steuern können soll. Also du. Und das ganze braucht Strom. Ich könnte jetzt natürlich einfach dahinter irgendwas wild verkabeln. Aber ich bin ja so ein bisschen von Herzen aus Backend. Ich mag immer, wenn das im Hintergrund alles ganz cool ist. Frontend kann ich nicht so gut. Frontend programmieren machen andere. Aber Backends mag ich. Deswegen alles, was ich baue, ist immer so ziemlich cool, aber es sieht keiner. Und mein innerer Monk sagt mir jetzt, dass ich das genauso hier auch machen muss. Deswegen habe ich nämlich die letzten Tage ein bisschen darüber nachgedacht. Und habe mir hier im Baumarkt so kleine Siebdruckplatten zuschneiden lassen. Und die kommen nachher hier so hinter. Aber was habe ich mit den Dingern jetzt vor? Pass auf, das ist ganz einfach. Ich habe aus der Restekiste noch ein paar Rangierleisten geholt. Die kommen hier so oben, unten, links und rechts hin. In die Mitte kommt eine Hutschiene. Und da kommen nachher dann einfach alle Sachen drauf. Auf Sicherungsautomaten und die Netzteile. Die gibt es auch für Hutschienen. Und noch zwei Steckdosen. Und all das kommt dann am Ende hier so hinter. Und zwar so ungefähr hier hin. Ich hatte erst überlegt, das hier direkt drauf zu machen ohne die Balken. Aber dann komme ich ja nachher, wenn ich Sachen von außen dran schrauben will, mit dem Kabel nicht mehr dahinter. Dann wäre hier so eine leere Fläche. Also auf der anderen Seite. Deswegen schraube ich das hier so auf die Lattung, damit ich im Notfall noch Kabel hier drunter durchziehen kann. Und dann kann ich das ja alles schön drauf machen. Aber der Riesenvorteil ist, dass ich nachher ja alles schön sauber drauf habe. Die Kabel schön ordentlich verlegen kann. Und das alles auf der Hutschiene sitzt und ich bei Bedarf Sachen austauschen kann. Alles ist einzeln abgesichert. Und die Netzteile sind auch extra für die Hutschiene. Da habe ich ein 12 Volt und 5 Volt Netzteil gekauft. Ich glaube, das wird schön. Es sieht nur nachher keiner. Aber immer wenn ich einen schlechten Tag habe, kann ich einfach mal hier hinter die Wand gehen, mich hier so anlehnen, mir das hier angucken und mich daran ergötzen, wie schön ich Dinge bauen kann, wenn ich das denn will. Vielleicht wird das hier so mein eigener kleiner Happy Place. Dann muss ich das jetzt ja nur noch bauen. Das geht ja auch dann bestimmt wieder ganz schnell. Ein Stündchen oder so. Was habe ich denn jetzt hier für eine Länge? Äh, Breite. 28. Heißt, ich brauche erstmal 2x28 von denen. Du kommst hier hin, du kommst da hin. Wie lang ist das Gerät? Da habe ich mehr verschnitt, aber das ist okay. Sehr schön. Zukunftsfigge wird sich freuen beim Staubsaugen. Ich könnte schon mal die Mitte einzeichnen, weil da kommt ja nachher noch die Dingens hin. Die Hutschiene. Warum schreibst du hier drauf nicht so gut? Das ist super nervig. Was ist los bei dir? Wenn du jetzt nicht gleich schreibst, ne? Ich schmeiß dich weg. Was ist in unserer Beziehung falsch gelaufen? Ich glaube, den Scheiß bohre ich erstmal vor. Eigentlich sind das Schrauben für Schaltschränke, aber die gehen auch sehr gut in diese Siebdruckplatte. Man muss nur vorbohren. Klingt so ein bisschen am Anfang wie die ersten 2 Sekunden von der Lindenstraße. Jetzt nicht mehr. Aber gerade, ich schwöre. Achso, jetzt brauche ich erstmal die Hutschiene, weil die nachher darauf zu machen wird schwierig, wenn oben und unten schon die Dinger dran sind. Gutschiene sind übrigens die Teile, die im Sicherungskasten sind, wo die Automaten drauf gesteckt werden. Reste, Reste, Reste. Ah, hier. Ein hoch auf die Restekiste. Hier so hin. Warum habe ich die Flex auch vergessen? Ich Idiot, ey. Ich schaffe das. Wirklich. Komm, die letzten 3. Eins, zwei. Komm. Drei. Ich brauche heute auch nicht mehr irgendwo ins Fitnessstudio gehen. Okay, dass das hier hinten so rausgebrochen ist, das ist zwar kacke, aber das vergesse ich ja auch wieder. Weil mein Gehirn löscht alles, was ich 2 Wochen lang nicht brauche. Äh, einfach wieder so. Wobei ich auch schon oft irgendwelchen Code gelesen habe und dachte mir, welcher Idiot hat denn so einen Scheiß geschrieben? Und umso länger ich drauf geguckt habe, desto klarer wurde, hey, ich kenne den Code, den habe ich geschrieben. Das ist immer ein ziemliches Kacke-Fühl. Und schon ist es fertig. Hutschiene. Rundrum die Rangierleisten. Jetzt kann ich mich austoben. Wo, was, wie kommt jetzt? Ah, hier, du gehst mal da hin. Erstmal brauche ich die Zuleitung. Dafür brauche ich das, das und das. Wie rasten die denn ein? Nach unten. Dann gehst du jetzt bitte, oh, das ist aber tight, da hin. Dann kommt da jetzt so ein Sicherungsautomat hin oder auch ein, wie heißt das, Leistungsschutzschalter. Das ist ein C4, das heißt, der schaltet bei 4 Ampere ab. Und 4 Ampere sind, wie viel Leistung ist das? 230 mal 4. 920. Oder? 920? Ja, Frau Weiß, da gucken Sie, ne? Sie als meine Mathelehrerin haben früher gesagt, höre später, da werdet ihr auch nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Doch, hab ich. 4 mal, äh, 4 mal, 230. 920. 920 Watt ist schon ganz schön viel. Wenn das nicht reichen sollte, kann ich immer nochmal einen anderen einbauen. Aber 920 Watt sollten erstmal reichen für das, was ich vorhabe. Was kommt dann? Oh ja, dann kommen nochmal. Ja, das macht Sinn. Dann kommen als nächstes hier die zwei hiervon. Das sind jetzt C2-Automaten. Das heißt, die schalten bei 2 Ampere ab, weil die Netzteile sind jeweils nur 60 Watt. Und 60 Watt bei 12 Volt und 60 Watt für 5 Volt. Die maximale Leistungsaufnahme sind dann, glaube ich, 0,2 Ampere oder so. Eigentlich sind die sogar zu groß, glaube ich. Ich baue sowas ja auch nicht jeden Tag. Drauf mit dir. Und dann kommt das erste Netzteil, würde ich jetzt da hinsetzen, glaube ich. 12 Volt, 5 Ampere. Eingerustet. Das nächste. Ich mache hier die 12 Volt hin. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich genug Spielraum, um ganz viel Quatsch da anzuschließen. Dann muss ich da auch nicht so oft dran. Wie viel kann ich dann da anschließen? Das fällt weg. Das sind 12 Volt. Schön. 5 Volt, 10 Ampere. Und dann brauche ich da auch wieder 8 von denen. Vielleicht stelle ich ja auch fest, dass das total blöd ist. Und ich lieber was mit Steckern haben will. Kann ich immer noch mal später noch mal was drunter bauen. Hier die Steckdosen. Die bitte einmal einrasten. Das war's. Das heißt, ich kann jetzt die Kabel hier dran machen. Wichtig ist, weil sich das so eingebürgert hat, Zuleitung immer von unten. Man kann es auch andersrum machen. Aber bisher habe ich es immer nur so gesehen, dass von unten die Zuleitung kommt und oben geht es dann wieder raus. Das ist bei denen ja genauso. Unten geht 230 Volt rein, oben kommt dann das. Das, was man haben will, raus. Na super. Mein Audiorekorder hatte keinen Strom mehr und beide Kameras waren voll und ich weiß nicht, bis wann das aufgenommen hat. Geil. Die Automaten sind schon mal dran. Die laufen jetzt hier so rum. Und jetzt muss ich von dem Automaten hier hin. Übrigens, das sind keine Leistungsschutzschalter, sondern Leitungsschutzschalter. Und das sind Reinklemmen. Ich habe das nämlich gerade in der kurzen Zwangspause mal eben in Erfahrung gebracht. Eventuell habe ich Mark angerufen. Der kennt sich mit sowas aus. Danke, Mark. Okay. Das heißt, du gehst von hier aus da unten wieder drauf. Ganz ehrlich, wie viel kann ich denn jetzt anschließen? Das wären eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Devices. Sieben pro Netzteil. Ich glaube, in weiser Voraussicht packe ich hier noch jeweils ein Ball. Sonst ärgere ich mich nachher. Komm da raus, du. Und wir sind alle glücklich, außer dass ich jetzt das gleiche hier auch nochmal machen muss. Ach, alles gerettet. So gefällt mir das schon viel, viel besser. Ach, das ist echt dumm. Jetzt ist alles durcheinander. Das heißt, ich habe jetzt hier zweimal zwölf Volt Phase und hier dann die Masse auf den zwei verschiedenen Schienen. Weil das Netzteil hat nämlich hier jeweils zwei verschiedene Schienen. Das heißt, ich kann mir davon was aussuchen. Dann ist das hier die erste Schiene mit Phase. Hier ist die erste Schiene Masse. Jetzt nur noch die oberen Leisten zurechtsägen und dann war es das. Easy peasy lemon squeezy, wie mein Uropa schon immer gesagt hat. Nein, hat er nicht. Ich glaube, der konnte ja kein Englisch. Aber nach ihm wurde immer eine Haltestelle benannt. Also eine Bushaltestelle. Nein, das muss man hübsch machen. Sonst meckert das Gehirn. Oh, das ist ein bisschen short. Es nervt mich jetzt ja schon, dass das hier nicht so bündig abschließt. Auf der anderen Seite sieht nachher eh nie jemand. Guck, so sieht es jetzt aus. Richtig schön und ordentlich. Um das noch mal kurz zu erklären. Hier kommt Strom an. Das hier ist der Automat für die Steckdosen. Das ist der Automat für die 12 Volt. Und der hier macht die 5 Volt. Das ist das Netzteil halt logischerweise bei den 12 Volt mit zwei Schienen. Und das ist gleich nochmal für 5 Volt. Und dann kann ich hier auf den Reihen jeweils die Geräte anschließen, die ich irgendwann vorne an die Wand baue. Und eventuell habe ich hier noch ein bisschen Platz für irgendein anderes Gekröse, was ich mal irgendwann brauche. Das muss jetzt nur noch hinter die Wand geschraubt werden. Dann muss die Zuleitung gemacht werden, damit der Strom auch hier irgendwie ankommt. Und was dann passiert, das weiß ich auch noch nicht. Vielleicht baue ich dann schon die ersten Geräte da dran? Nee, ich glaube den Schreibtisch, oder? Nee, die Lampen müssen ja noch. Oh, das wird nie fertig. Ach nee, als allererstes den Ventilator da oben. Den kann ich dann schon mal anschließen an die 12 Volt. Und den da unten auch, wenn dann irgendwann mal der Lüfter auch per Post kommt. Irgendwie ist der immer noch nicht da. Doch ist ganz schnieke geworden, gefällt mir. Also bis auf diese großen, riesigen, ungleichmäßigen Spaltmaße. Aber da sieht man halt, dass das Handwerkskunst ist. Gar nicht mitleben. Dann muss ich den ganzen Scheiß jetzt hier nur noch aufräumen. Hätte ja auch mal dran denken können, dass das auf Teppich nicht so geil ist. Ach man, alles muss man immer hier aufräumen. Das sieht halt schon wieder aus wie Grütze. Das ist halt schon wieder was. Ja ... Vielen Dank.